Anmut und Schönheit sind kein Grund, eine Frau zu rühmen. Bin ich schön? Hallo, bin ich schön? Hallo, ich habe dich was gefragt. Ich finde das jetzt nicht sehr höflich, dass du einfach nicht antwortest. Hm, naja. Wenn du mir nicht antwortest, dann lese ich einfach die nächste Geschichte. Da steht nämlich die Antwort drin. Die schönste. Kiki und Leonie haben es sich auf der Couch gemütlich gemacht. Heute Abend fängt eine neue Staffel einer Sendung an, in der junge Frauen einen Modelvertrag gewinnen können. Hunderte kommen zum Casting. Das heißt, eine Jury entscheidet darüber, welche Mädchen und Frauen in diesem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Die Blonde mit den Locken, die gewinnt bestimmt. Die sieht toll aus, schwärmt Kiki. Leonie schüttelt den Kopf. Diese zierliche mit den glatten schwarzen Haaren, die ist noch schöner. Für die Jungs ist klar, dass sie so ein Kram nicht gucken. Doch weil die Mädchen so aufgeregt davon erzählen, dauert es nicht lange, bis die ganze Familie auf der Couch vor dem Fernseher sitzt. Manche Mädchen in der Sendung weinen, weil sie wieder nach Hause geschickt werden. Andere werden frech. Die sind aber dünn, wundert sich Maiki. Das muss man auch sein, wenn man Topmodel werden will, weiß Kiki. Leonie nickt. Ich finde es gemein, dass die Jury sich über manche Kandidatinnen lustig macht, nur weil die nicht so perfekt laufen können, ärgert sich Leonie. Wenn jemand so mit mir reden würde, wäre ich stinksauer, findet auch Kiki. Warum machen die dann da mit, wundert sich Maiki. Weil diejenige, die gewinnt, einen Modelvertrag bekommt. Damit kann sie reich und berühmt werden, erklärt Leonie. Timo schnauft abfällig. Das ist doch albern. Mit ein bisschen hin und her laufen und in die Kamera lächeln, verdienen die ihr Geld. Das ist genau so lächerlich wie Männer, die Stunden hinter einem Ball herrennen und damit reich werden, stichelt Leonie. Fast alle Mädchen, die von so einer Karriere träumen, werden nie reich und berühmt, weiß Mama. Sie werden aber unter Druck gesetzt, runtergemacht und die meisten essen zu wenig, um dünn zu bleiben. Maiki schüttelt den Kopf. Dabei finde ich die gar nicht so schön. Mami ist viel schöner und sie riecht immer so gut. Mama drückt Maiki an sich. Papa grinst breit. Das finde ich auch, lacht er. Du weißt, was wahre Schönheit ist. Wenn Gott von Schönheit redet, dann meint er keine tollen langen Haare und auch keine sportliche schlanke Figur und auch keine perfekten Zähne. Wenn Gott von Schönheit redet, dann meint er was anderes, nämlich die Schönheit, die von innen kommt, den Charakter eines Menschen und die Liebe, die er in sich trägt und die er weitergibt. Und das hat Maiki verstanden. Und Papa auch. Bis morgen, ihr Schönen.